hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1119 auf der halben Online Farm. So, dann check mal wieder los. Aus der Wegpunkt ist ganz schlecht, aber hier macht sie los. Das Gerät muss aufgefüllt werden. Was ist jetzt los? Ist jetzt nicht der ernst. Ist jetzt nicht der Ernst oder eh Tank leer ist, dass du hier weiterfährst. Warte mal, bevor wir hier weiter machen, dich nicht, dich nicht, dich schicken wir aber los. Jetzt, oh so, jetzt kriege ich einen Anfall. Stopp! Und... Wem geht's? Der rafft das. Der rafft das nicht. Okay. Gehen wir immer kleiner remaining auf und da war's dann ein Hindernis und Spaß. so das ist vorne voll und hinten voll ich habe jetzt 2500 euro reingesteckt jetzt in den spaß so weiter gehts wo war es denn jetzt irgendwelche faxen hier spenden für heute oder liegt es daran dass die erste aufnahme ist noch nicht fit rechnen oder wie schon mal aufklappen da waren wir stehen geblieben so und abfahrer einstellen macht er weiter du bist hier du kümmerst dich auch gut das passt schon so komm mal hier weiter fangen wir mit der presse an hier 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 Perlion Soogly Wir haben ein wenig Stroh drin, sind noch nicht gewachsen, könnte aber langsam mal losgehen hier, dass das Gras wächst, dass ich den Rest hier auch noch mache. Aber wenn wir hier sind, gucken wir mal nach der WGA, da ist noch etwas los, wo machst du noch? Da räumen wir schon mal die Präse auf. Jetzt stehen wir dort neben die B-Wage. So. 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 immer hier heute irgendwas ist halt immer wenn wir beim fahren halt nie zu gucken ist halt eine katastrophe angehangen ich bin noch fertig, ich komme aus der Hand ich bin noch interessiert, ich komme aus der Hand ich bin noch interessiert, ich komme aus der Hand so gucken wir mal ob du alles erwischt hast so kloppen sich noch mal aus das machen wir schon mal weg das machen wir zu da oben haben wir noch eine Ecke die wir noch ein bisschen nachbassern müssen aber ist alles nicht so schlimm, kriegt man ja hin soo Tilly soo Tilly soo Tilly und hier am Rand des O noch ein bisschen was eckig ist und das macht cp nicht gerne mit so hat cp geschuldet soo aber das sieht gut aus jetzt mal alles kloppen wir ein Updates soo da füllen wir die schon mal auf Updates haben wir noch ein bisschen Luft und so haben wir ca 2.500 hier nur für Flankenschutz für Bedefelder ausgegeben so aber so ist es nun mal aber so ist es nun mal wenn wir hier auch rein scrollen damit ich hier auch was sehe Hebrぐ ich glauben hier'. Das ist nun das überhaupt noch ein bisschen rumflagge ist ein Dekoder überprüfen soll weil die Framereignicht nicht ganz stimmt und wenn ich nimmer verhalte so So, sauber gemacht, haben wir das, jetzt geht es ab zur Wartung. Haben wir schon mal den Part erledigt. Indem wir hier alles Jens gemacht haben. So, den Rapper haben wir auch, jawohl, und das den Rapper haben wir auch, so, aufgefüllt ist alles, was wollen wir mehr. So, die Läden. So, die Läden. So, mal gucken, wieviel Prozent der auf der Run dort 19 schon hat. Ah, gut, das ist 77%. Da fahren wir hier bei den Kollegen schon noch eine Runde mit. Okay. 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 So, das ist auch ein riesen Feld, die 119. Da hinten ist die Fähre. Ist das die? Ne, die sind die immer brauchen. Also, die sind die hier. Wo sind die jetzt hier? Obwohl, die können die Mond nutzen dann hier. Übersetzen. Die kann ich auch nutzen. Du, äh, du längst es doch zur Busfahrung. Ganz ehrlich. Ich bin längst so wie Busfahrer bei dem Ding. Naja. Vielleicht war der TP-Fahrer mal Busfahrer. 118. Dann hoch und dann hier unten lang. Bis zur 82. Müssen wir ihn kriegen. Wenn der fertig wird. Heute. Ja. Aber drücken nochmal die Daumen. Mal gucken nochmal rüber. Das wird es erstmal speichern. Ist ganz wichtig. Na komm. So. Dann haben wir schon wieder 20.000 verdient mit dem Teil. Ok. Okay, jetzt verstehe ich, dass ich bis da drunter fährt, wegen Lenken. Naja, viel hat er ja nicht mehr, was sagt jetzt das Ding? 89%. Ja, kommt vorzu. Wenn ich die Folge noch fertig kriege hier, wäre nicht schlecht, wenn wir die Folge die Mission noch beenden könnten. Okay. 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 So, die letzte Wahl fast, würde ich mal behaupten, ganz stark. Okay. 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 So, Aber seht schon, die Folge ist eher zu Ende, bevor die Mission fertig ist. Komme ich aber erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.